Hallo zusammen, hier ist wieder Oetila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es nämlich um drei Mounts von Ruf-Fraktionen, um genauer zu sein von Allianz-Ruf-Fraktionen. Das gleiche gibt es dann auch nochmal für Horde, da werde ich aber dann nochmal ein extra Video machen. Und welche drei Fraktionen handelt es sich denn? Und zwar sind das einmal hier die Sturmwacht, dann der Glutorden und die Prachtmeer-Admiralität. Und da gibt es jeweils ein schickes Pferd. Und die erste Fraktion, die wir uns angucken wollen, ist quasi die Sturmwacht. Und da bin ich schon beim Händler und zwar Schwester Liliana. Und diese befindet sich hier im Sturm-Sangental bei den Koordinaten, Moment, müssen wir mal einmal groß machen, 59,69. Und die verkauft uns, sobald wir ehrfürchtig sind, ein schickes Mount und zwar Zügel des Apfelschimmels. Und das werden wir uns jetzt mal kaufen. Und kostet dann 10.000 Gold. Das lernen wir einmal und schauen uns das schicke Ding dann einmal an. Apfel, hier haben wir es, Apfelschimmel. Und ihr seht schon, das ist eins von den neuen Models. Ist auf jeden Fall ein schickes Ding. Hat auch hier ein Sidecut, das Pferd. Von der Laufanimation hat sich jetzt eigentlich bei den Pferden nicht sonderlich viel geändert. So, das zum ersten von den Mounts her. Jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen drauf eingehen, wie ihr am besten den Ruf hochkriegt. Und zwar bekommt ihr den Ruf für die Fraktion hier. Also quasi hier einmal die Sturmwacht, indem ihr Quests im ganz Sturm-Sangental abschließt. Da solltet ihr auch die Sidequests mitnehmen. Die bringen auch alle immer relativ viel Ruf. Dann im zweiten Schritt könnt ihr natürlich immer die Worldquests machen. Die bringen aber lediglich 75 Ruf. Ich rate euch, das so zu machen, wie ich das gemacht hatte. Ich habe nicht jede Worldquests jeden Tag durchgeballert, um dementsprechend den Ruf zu kriegen. Sondern ich habe mich einfach schön ausgeruht auf die Emissary Bags. Die bringen quasi, das sind diese Kisten, wo ihr immer vier Worldquests oder bei den Tortolanern nur drei machen müsst. Und bekommt dann 1500 Ruf. Beziehungsweise wenn ihr Mensch seid, dann nochmal 10% mehr. Und beim Dunkeln und Jahrmarkt gibt es ja auch noch einen Buff, wo ihr dann auch nochmal 10% mehr bringt. Heißt, da solltet ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr die immer mitnehmt. Und dann könnt ihr in einer relativ guten Zeit die Fraktion hoch machen, ohne 10.000 Worldquests zu machen. Sondern immer diese vier und gut ist. Das würde ich euch raten. Zusätzlich gibt es bei eurem Missionstisch immer Missionen, die ihr losschicken könnt, die auch nochmal extra Ruf bringen. Heißt, die schickt ihr los und bekommt dann 250 plus, wenn es nochmal 200% ist, sicher nochmal 250. Das sind 500 Ruf. Das ist schon mal relativ gut was. Das ist besser, als wenn ihr hier immer ewig viele kleine 75er Worldquests macht. Ihr könnt die natürlich machen, wenn ihr das Maximale rausholen wollt. Aber über die Zeit werdet ihr es hier eh fertig kriegen. Genau. Und das Ganze gilt auch sowohl für die Prattme-Admiralität, die ihr im Terragadesund habt. Und auch für den Glutort in Drustwar. Ist dasselbe, bloß dementsprechend in den anderen beiden Gebieten. So viel dazu. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt die anderen beiden Mounts auch noch an. Und dazu switchen wir jetzt mal weiter. Dann sind wir bei der zweiten Händlerin angekommen. Und zwar ist das jetzt die Versorgerin Frauke. Und die befindet sich einmal in Boralos bei den Koordinaten 67, 21. Also hier. Ich denke mal, das Hütchen dürft ihr kennen neben der Mythic Plus Kiste. Und diese verkauft uns natürlich auch wieder einen schicken Gaul. Und zwar Zügel des Hengstes der Admiralität. Und den kaufen wir jetzt mal. Und ja, ich würde sagen, da gehen wir jetzt einmal raus, dass wir das Ding ausprobieren können. Einmal gelernt. Und dann suchen wir unseren Hengst hier mal raus. Hengst. So. Und zwar ist das der hier. Ist jetzt auch wieder ein weißes Pferd. Aber ein bisschen anders vom Farbton her. Und ihr seht, das hat auch wieder diesen bisschen, ja, Sidecut quasi. Und das neue Model von den Pferden. Was ich sehr, sehr schön finde. Wenn wir jetzt hier vergleichen mit dem alten Model, dann macht das neue natürlich schon wesentlich mehr her. Und hier müsst ihr natürlich eher fürchtig bei der, ja, Prachtmäher Admiralität sein. Dürfte ja relativ klar sein. Und da gelten die gleichen Wege zum Ziel, um den Ruf zu kriegen, wie auch schon bei der Sturmwacht. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch das Letzte an. Und zwar den Glutorden. Was es da für ein schickes Mount gibt. Ja, dann sind wir hier in Drustwar beim Rüstmeister Alcorn angekommen. Und zwar befindet sich der hier oben bei den Koordinaten 37,49. Und der verkauft uns das Letzte Mount. Und da haben wir es nämlich schon. Zügel des nebelgrauen Streitrosses. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt noch mal genauer an. Ich nehme mal an, das ist jetzt mal kein weißes mehr. Oh, ich bin bei Petz. Nebelgrau. Da haben wir es dann. Ah, naja, ist es ja schwarz, oder? Ist es grau? Das Licht ist hier ein bisschen komisch in Drustwar. Ja, weiß ich nicht. Ist es grau? Ja, okay, es ist ein bisschen grau von mir aus. Ich dachte, es ist schwarz. Nein, es ist nebelgrau. Ein schickes Ding. Diesmal haben wir keinen Sidecut mehr. Es sieht relativ normal aus. Und ja, es ist wieder ein schickes Mount. Muss natürlich hier dazu sagen, die Horde kriegt ein bisschen mehr Abwechslung. Die Allianz hat hier drei Pferde. Die Horde hat drei unterschiedliche Mounts. Sobald ich da mit dem Ruf soweit bin, werde ich euch das auch noch zeigen. Also dann gibt es dann hier die Horde-Mounts. Ich bin im Moment leider erst bei respektvoll, teilweise mittel-respektvoll hier. Heißt, ein bisschen wird es noch dauern, bis ich euch das zeigen kann. Aber ich denke mal, so lange wird es auch nicht mehr sein. Durch die MS-Mail-Bags geht es ja relativ schnell. Und dann kann ich euch die verschiedenen Horde-Mounts auch nochmal ein bisschen näher bringen. Ja, das war es mit der Allianz-Version. Und ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich euch ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich selbstverständlich sehr gerne abonnieren. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.